Soll es eine Corona-Impfpflicht geben, ja oder nein? Nein, die soll es nicht geben. Wir haben bei uns heute bzw. gestern zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres 2022 gelten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017